Und ein Essenssperr. Und ein Sklavenschlüssel. Noch ein Sklavenschlüssel. Gut, gab es hier hinten irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht. Seelenfalle. Weiß ich nicht, ob er das gebrauchen. Oha. Habe ich nun irgendwas mitgenommen, was zu schwer war? Hm, 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 hm. Nee. Merkwürdig. Fackeln brauche ich ja eigentlich. Äh, naja. Das lassen wir hier. Ah, genau diese... Ah, verdammt. Wir lassen diese scheiß Dinger hier. So. Was hätten wir denn hier? Ach, erkunde ich mal ein anderes Mal, wenn ich mehr Zeit habe. Geld. Geld. Mondzucker? Nein. Damit handelt dann niemand mehr mit mir. Das ist doof. Da oben was? Nö. Ach, ja. Ein tolles Amulett, das kann man gut verzaubern. Nehmen wir mal mit. Salzreis. Doftweizen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das können wir mitnehmen. Und das können wir mitnehmen. Die Fackel. Die brauchen wir mit. Mondzucker will ich nicht, wie schon gesagt. Aha, das ist gut. Eine Kiste. Stahl-Katana. Oh. Aber zu schwer für uns. So, mal gucken, was wir so verwenden können. Nachdem ich mich ja ein bisschen selbst verletzt habe. Entschuldigung. Mit Schittin. Hm. Oh, ihr habt nicht genug Schittin. Oh. Okay. Dann halt nicht. Dann eben... Schittin. Vorstande. Ihr habt nicht genug Schittin. Ich hab doch... Ach, nein. Ich hab kein Schittin mehr. Oh. Ist es kalt, das andere... Okay. Ja, bitte. Bitte. Ja. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Bringt nix. Das da rein. Oh, der hat ja ein Glück. Nix gelungen. Schade. Nein. Och. Nö. Auch nix. Heidekraut. Einzeln bringt auch nix. Super. Gut. Verschwinden wir hier wieder. Ich hab mir hier ein bisschen aufgeräumt. Wir halten nur ein bisschen. Hopp. Waren wir was für unsere Zauberkraft wieder. Sollten wir ja nicht ganz vernachlässigen. Und sogar schon Level abbekommen. Wunderbar. So. Und hinaus. Wir haben uns darum gekümmert. Wieder etwas mehr Geld. Was zum Verkaufen. Das ist doch toll. Sehr toll sogar. Gut. 13 Minuten hab ich noch. Das passt. Find ich zumindest. Athletik auf der 16 nun. Wir sehen uns Rangenskills aus. Langwaffe. Aber naja. Schütze hat auch wieder bald ein Level ab. Das ist toll. Das ist echt toll. Haben wir eigentlich. Ja. Haben wir da schon vier Punkte. Wenn wir Schütze wieder ein Level abhaben. Das ist. Eigentlich ganz passabel. Wie soll ich sagen. Wir speichern einmal. Gut. Und es geht weiter. So. Hopp. Und hinein. Denn ich hab was zu verkaufen. Denn ich brauch keine Seelensumpfzauber. Templaseball kommen auch raus. Und die Holzscheiter haben wir auch mal weg. Oh. Die Zauber sind da wirklich. Menge an Wert. Sklagenschlüssel. Lagerschlüssel. Aha. Wo ist da jetzt ein Unterschied? Gut. Ammonet behalten wir ja. Das kann weg. Das kann weg. Da behalten wir alles. Das weiß ich noch. Und ich will. 520 dafür. Wunderbar. Das macht er sogar. Das ist toll. Das finde ich nett. Sehr nett sogar. Gut. Dann. Ähm. Was machen wir dann? Wir machen. Ha. 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 Wir gehen nach. Solstheim zurück. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Nach. Gnosis. Von Gnosis. Aus. Dann. Na. Cool. Genau. Und von hier aus. Nach. Solstheim. Damit ich auch was davon hab. Dass ich ja Ewigkeiten rumlaufe. Speicher. Speichern. Und ja. Gucken wie weit wir dann schon. Wie viel Tag ist denn das? Schon der sechste Tag. Also ein Tag wieder vergangen. Das ist okay. Das ist passabel. Habe ich kein Problem damit. So. Jetzt will ich wieder nach Solstheim. Also. Reisen. Eisfalterfestung. Sehr schön. Und jetzt gucken wir mal. Ah. Es ist wieder Nacht. 10 Uhr. Nachmittags. Also sprich schon abends. Gut. Wir gucken mal. Darf wir auch was finden an Gegnern? Was wir ja angreifen konnten. Zufällig gibt's ja. Hat man ja letztens gesehen. Äh. Wenn nicht. Dann. Einmal. Nichts sammeln. Hm. Schade. Ist das noch das Tote von letztem Mal? Oder eher nicht? Sieht sehr tot aus. Zumindest. Find ich sehr tot. Was ist denn das überhaupt? Ja. Toter Wolf. Sonst ist hier nichts. Okay. 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 Ist schade. Au. Ja. Jetzt hat er uns bemerkt. Na super. Au. Na. Gut. Ähm. Mich wundert, dass der keine Waffe hat, weil die ja regulär mit Waffen rumrennen. Was hat der jetzt gemacht? Hat er meine Ostau entzogen? Komisch. Nordmeet. Achso. Okay. Nehmen wir mal mit. Bernstiefel. Rüstungsblatt 15. Was haben meine Stiefel? Puh. So, sie hat 5. Ja, die nehmen wir mal mit. Da. Zieh mal an. Finde ich gut. Achte. Naja. Nicht will es wundern. Gut. Dankeschön. Das wäre es. Gut. Haben wir halt was in Langwaffe statt den Schütze bekommen. Na okay. Die Schütze haben auch etwas. Ist irgendwie verständlich. Ach ne. Hier war doch noch ein Gegner. Das habe ich doch gesehen. Ich bin doch nicht blind. Zuerst mal hier. Das. Die Früchte. D. Ah genau. Da hinten war doch noch was. Hopp. Gut. Müssen wir genau zielen. Hopp. Na treff. Einmal bitte. Äh. Super. Okay. Mehr wollte ich nicht. Mehr wollte ich wirklich nicht. Schön. Gut. Hammer und Schütze auch schon mal ein Level ab. Wie sieht es denn blocken aus? Haben wir erst elf Punkte? Schade. Na egal. Das kann man im Nachhinein auch von irgendeinem anderen hochleveln lassen. Das ist dann so nicht das Problem. Gut. Eine Wache. Ähm. Ich glaube. Äh. Müsste ich irgendwann den Sonnenlachen ansprechen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Hey. Wer bist du? Ähm. Die habe ich auch nichts. Ha. Das ist. Habe ich mir das falsch schon mitgenommen anscheinend? Hm. Merkwürdig. Hm. Was ihr noch könnt. Und ich habe mich vielleicht das falsch schon mitgenommen. Verdammt. Ach. Mann. Hm. Dann mache ich es etwas auf die radikale Art. Falls ihr überhaupt da ist. So was ich überhaupt richtig bin. Ich weiß es gerade gar nicht. Ha. Ach. Waffenkammer. Geht auch. Handeln. Was hast du so? Irgendwas Schönes dabei? Was ich brauchen könnte? Was habe ich was für dich? Eisenpfeile. Ja. Nehmen wir gleich mal ein bisschen mit. Neue Waffe. Hm. Bogen was mäßiges? Nö. Hat er nix. Hat nur eine Armbrust. Bäh. Mag ich nicht. Ich bin kein Freund von Armbrüsten. War ich noch nie und werde ich nie sein. Gut. Was ist das eigentlich? So viel bezahle ich nicht. Tut mir leid. Gut. Nichts. Äh. Es ist merkwürdig. Es ist wirklich... Bäh. Es ist wieder ein ganzer Weg zurück. Aber ich denke, das mache ich erst in der nächsten Aufnahme. Das richtige Alkohol zu finden. Zumindest. Gut. Wo ist der Hammers? Let's Play. Gut. Dann verabschiede ich mich diesmal. Für diesmal wieder. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und oder kommentiert. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Auf Wiedersehen. Dann verabschiede ich mich jetzt mal wieder. 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 Vielen Dank.